ausloggen und dann ich meine jetzt in dem fall falls das hier irgendwie disconnect oder sowas, wenn ich dann einlogge bin ich beim letzten stand dann wieder hoffentlich oh was ist denn das totengräben, alter genau wenn ich jetzt hier auslogge und dann wieder einlogge bin ich dann spawne ich wahrscheinlich wieder hier reparieren so wo ist denn das ding jetzt da anlegen easy going wo sägen jetzt noch mal mein ding was ich anhabe hier jetzt bin ich richtig der boss das sah gerade aus wie so ein bh oder so was tragen anlegen easy going aber ich muss was essen ich habe keinen wie lange ist denn das so irgendwann ist ja auch mal ende oder eine maximale ausdauer um 17 ich bin habe schon 17 zufälle so schönes haus warte 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 oder du wirst ein zombie joh mal noch besser Knochen brauchen wir nicht. Knochen brauchen wir nicht. Oh, dann mal hier. Das nehmen wir mit. Kriegen wir das? Ja. Was? Oh, macht das Brett zu. Was? Was? Scheiße, Jörg. Tür aufgemacht, Waffe kaputt, konnte ich nie angreifen. Stöpflersweepert, was? Scheiße, Alter, was? Oh, ja. Servus, der pennt, ne? Oh, kick mal den seine Biene an, Jörg. Moink. Nochmal da. Trübes Wasser nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Warum können wir nicht hier kennen? Stuhl brauchen wir nicht. Kaffee. Aber nimmt er das jetzt alles mit? Ich trink das einfach. Das war Wasser hoffentlich. Ja. Aber ich brauche was zu futtern, Jörg. Das ist wieder drüben, äh, Pisswasser. Ah, hier, das war, das konnte ich doch essen, hier. Das konnte ich doch essen. Oder? Ja. Aber dann brauche ich wieder Wasser. Na ja, gut. Ich esse einfach mal eins. Noch eins. Noch eins. Wat? Reicht nicht mal wahrscheinlich. Nö, reicht nicht. Noch eins. Doch reicht. Gut. Oh, hier haben wir vor da. Ne. Na, leere Dose. Kühlschrank. So. Ne, überlegen. Ey, die Hütte ist aber auch nicht schlecht hier. Ja, so. Komm, dude. Aber irgendwo ist, was, was ich hier suchen muss noch. Hey, nein. Nochmal hier. Oh, Tabletten. Mit dir noch mehr. Oh, das Ding. Na, man hier. Muskelschirt, Alter. Wat? Welche ist denn jetzt besser? Wat? Jutte, Grüne ist besser. Oh, wat? Ach, nee, jut. Oh, gib mal hier. Jetzt haben wir was zu futtern, Junge. Äh, ein Tagebuch. Benutzen. Wat ist das? Wat? Alteisenhandschuhe. Wat? Tragen. Das Steinpfeil, das war für den Bogen. Warum zeichnet der beim Speer, zeichnet der vier an? What is denn das? Ich hab vier Stück, oder wat? Wat? was ist denn da der unterschied warum ist das grün und das grüne ist stärker alles klar jetzt habe ich so altes geld stopt blutung jetzt habe ich schon mal dorst alter hat also das ist ja jetzt kommen schon mal die zombies krieg nicht weg da hinten ist noch einer er war ganz ehrlich bock schon das game also bis jetzt geht voll klar jetzt nehmen wir das hause auseinander hier aber ich habe noch nicht das gefunden was ich suchen muss hier drinnen bleiben easy dort gemacht direkt immer den scheiß vogel vorräte aus white river suchen drinnen bleiben irgendwas habe ich irgendwas vermisse ich hier irgendwas irgendwo hier ist das unten oder was auch kipp mal da zeig ich da an so aber unten war ich da schon was hier hinten hat kiek mal dass der tag gerne hier sehen so jetzt muss ich irgendwas wegpacken was ist denn das hier? Notiz von Duke pünktlich zahlen solltest und zwar jedes mal, sonst gibt es Konsequenzen, alles klar auf HFC rede mit dem händler jetzt kann ich wieder zurück kann ich nicht reparieren was brauche ich dafür verändern kann ich das was brauche ich für das ding zum reparieren was hey all right schöne tauschen schön schön am wasser hier kann man sie gönnen hier was ist das hier was soll das jetzt hier aber ich bin so langsam ich bin hier voll übergewicht 18 und so euch die zeitlupe aber ich will das alles mitnehmen dass ich dem ein bisschen was verkaufen kann noch dem dude springen macht zu viel energie weg die 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 Ja. Gratitude, friend. was jetzt kann ich mir was aussuchen hier hat panzerplatten ja ich glaube ich nehme die rüstung so verkaufen wie verkauf ich denn jetzt noch mal wie war denn das ich habe jetzt 600 ist ein holzknüppel das will er nicht mal haben 8 prozent infiziert du bist am arsch hatte ich hier wissen oder was oder was war da los da hat verkauf ich jetzt bei dem hier papier ihr wissen alter musik aufpassen und immer medikits oder sowas bei hammer stop blutung oder irgendwelche man lesen nicht du bist auch gebrochen für 20 minuten die tabletten da schmerzmittel oder die anderen ich habe hier wo andere andere neue habt hier die die grünen maschine oder die weißen hier man weiß es nicht gesundheit also das mit dem inventar ist schon ist aber kennt man halt aus jedem survival game war das ist halt was kann ich damit nicht machen hier was ist eigentlich es halt so richtig macht panzerplatten fand da wohl wahrscheinlich nur eine andere rüstungstellen antibiotika brauchst du eigentlichiserregion das ist kaputt oder hat das ist kaputt das kann ich nur mit dem mit einer waffe benutzen wird das hier ist so und damit kann ich dann wahrscheinlich mehr schaden gegen er hat mehr schaden gegen erde jungen verlegen das wird hier gegenstände aus messen können den rucksack zerlegt deren messen stüge alles klar dann zerlegen wir doch gleich mit oder die dauer jude messing damit das ditte bleichstück sind grundstoffe mit dem ja ich muss eine base bauen eltern das ist auf jeden fall irgendwo jetzt hier so im hier ist eigentlich ein süd oder gehen planer Ja, hat er das jetzt fertig gemacht, das Messing schon? Was? Kann man ja nicht sehen. Anscheinend doch. Zack. Ja, ich muss auf jeden Fall irgendwo, ich muss, äh, weil hier bei dem drinne kann ich wahrscheinlich nicht alles bauen oder so, ja, man weiß es ja auch nicht. Eine Aufbewahrungstruhe. Oder ein Rucksack, Alter, vielleicht kann ich ja einen Rucksack bauen, ja, passen wir auf. Ein Rucksack? Ein Rock, nee. Taschen, Taschenmod. Äh, das ist ja, ist, äh, ist, äh, ist ja schon mal was. Nee, anscheinend gibt es keinen Rucksack oder was. Ein Geschützturm, alles klar, Alter. Aber größer wird das Inventar wahrscheinlich auch nicht sehen, wa? Oh, jetzt hab ich, äh... Taschenmod. Aber was macht die Taschenmod? Hier steht nicht, was die macht, äh, da. Durchladen dieser Modifikation in Hosen, Hemden, Mänteln wird überleben. Was? Überladungsmarus. Ach so, hm. 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 Oh, warte mal, kann ich das hier hinbauen, Alter? Nee, kann ich nicht hier hinbauen, Alter, wat? Nee, Mann, ich muss echt ne, ne eigene Base bauen. Nee, Mann, ich muss echt ne eigene Base bauen. Aber die Hütte hier vorne war doch okay, glaub ich, oder? Nehm ich die einfach? Ich geh mal da einfach nochmal hin und guck mal nochmal. Oh, die sei echt du, Thomas. Ja, Mann, hier. Aber Mann, wird doch wahrscheinlich eh mehrere Base bauen, wa? Und dann schämt auch irgendwie keine Story zu geben hier, oder sowas, wa? Ja, also irgendwie, war die Story denn schon das Ding, so hier die acht Dinger, die acht, äh, Standard-Krist-Dinger hier wahrscheinlich. Da drüben ist auch noch ne Hütte, ja. Ein ganzes Dorf, so wie das aussieht. Da drüben ist auch noch ne Hütte, da drüben ist auch noch ne Hütte. Ja, das ist kacke hier mit dem Loch, äh, da. Aber kann ich jetzt hier einfach bauen, oder, äh? Ja, hier kann ich anscheinend einfach bauen, äh, da. Aber das mit dem Loch da ist nicht so gut. Hmm. Hmm. tot mieser hier ist ja auch keine tür drin ich weiß ja nicht wo ich anfangen soll jetzt ich stelle erstmal hier kurz die truhe hin hier so kann man die hier anstellen so erstmal die munition rennen die brauchen wir eh noch nicht so wie es aussieht wird kommt darin ist erst mal dort kommt darin die tür ist ja das ist ja ein witz oder ich muss unten das ist unten ist ein bisschen das kacke da drüben vielleicht besser ist ja so viele hütten hier da hinten ist ohne jene du bist lustig und ich muss auch mal kicken dass ich mir irgendwie so wegen wasser und so aber ich konnte hier in dem fluss konnte ich irgendwie gehen und gehen wasser abzapfen oder sonst beim fertigen benutzen kannst beim fertigen benutzen kannst ich gucke mal ich gucke mal das hat aber vorhin ja nicht funktioniert du bist nass ja geil ach doch doch guck mal jetzt ist da doch was drin ist das rohne ich gucke mal die knall ich gucke mal die gña ich gucke mal die gläser Müssten die ja eigentlich noch da sein. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich auf W gedrückt. Nein, boah, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich die zerlegt oder so, wa? Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich es gedrückt, war Hike, die zerlegt. Oh, nö, oder? Wat? Na, dit ist ja dumm, Alter. Schön, sind die weg jetzt, na geil. Och, nö. Ja, ich glaube...